So, du alte Knalltüte. Hier ein geiles Becks. Ich bin auch da. So, dein Geburtstagsspecial wird jetzt gesündet. Schauen wir mal. Hoffentlich kommt kein Auto. Und das größte habe ich natürlich noch in der Tasche. Ich hoffe, es dir fällt dir. Wir fangen erst mal an mit einer unbekannten Dingens. Viel Spaß. Das war, glaube ich, eine Leslie. So was da, was man jetzt macht. Distraction Claire. Distraction Claire. Und jetzt kommt eine Cybercracking-Container, die Benkling hat. Und da machen wir einen China-Knaller von den Kracher in der Kamera. Und jetzt machen wir einen Leslie Luftpfeifer mit einer extrem langen Lunte. Kleine Funktionier. Der nur nachtglüht. Na komm. Komm. Jeder Mensch. Gut, dann machen wir einen Crazy Eyeball in Blau. Und dann machen wir noch eine Safe-Made-Prython-Knapperstein. Party. Und als vorletztes ein Movespark. das ist das Wurde. Das ist der Vulkan von Leslie. Das war richtig heftig. Und als letztes mein Freund, Jörg, Skyshot in grün, schauen wir mal ob wir den hier reinkriegen. Ja, steckt fest. Viel Spaß und als Finale jetzt Skyshot grün bzw. was steht da? Skyshot C. Viel Spaß. Herzlichen Glückwunsch, mein Kumpel.